Du willst gute Unterhaltung, RTL-Programm-Gestaltung? Ich komm schon jetzt auf Kevin Erfehl Was ist denn mit diesem Mist? Okay, du wirst beschworen Okay, du wurdest beschworen Shiii Kevin, bist du's? Nein, ich bin Hubert Ja, aber du siehst aus wie Kevin Natürlich bin ich Kevin, du Vollidiot! Okay, tut mir leid, wir sind voll verkackt Seht ihr aus wie Chuck Neuss oder was? Seht ihr aus wie Chuck Neuss oder was? Seht ihr aus wie Chuck Neuss oder was? Nee Chuck Neuss sieht männlicher aus Shiii Chuck Neuss Iiii Iiii Okay Guck mal die da, die wollen voll auf die Schnauze ey Kick Nee, ich mach die ganze Line fertig, what's up man? Wow Au Voll Schaden genommen Okay Das sieht irgendwie nicht, nicht gut aus hier Ja In welche Richtung soll ich zuerst gehen? Links, okay Okay Jeder Es gibt hier nur einen Weg Nein Rotgriff Hellbade Ja, aber was ist mit der anderen Seite, da ist noch ein Item Hol ich das grad noch Hallo Frau Zeig voll auf den Typen da An der Statue von Velka beten Ich kann da beten, man Ja, Mann Ja, Mann Soll ich? Bringt ja nix Okay Das ist doch keine Sünde begangen Warum nicht? Ich hab das Arsch für den Seelen Oh, okay Ja, was weiß ich, Mann Ich hab das Spiel erst zweimal durchgespielt, hier war ich nicht Oh, shit Voll der Faker, Alter Tut so, als wär er voll zerbrochen und geht dann so zusammen, ey Oh, shit Der hab ich nicht gesehen Seele eines unbekannten Reisenden Okay Okay, alles klar Gehts immer tiefer Dahinter voraus Vorsicht vor Feind Oh, shit Ah, shit Hast du gesehen, wie der auf dich zugesprungen ist, ey? Ja, Mann Wollte voll den Shortcut Jump machen Okay Da gehts, da und an der Was sind wir hier? Wie dein Gebiet Da bist ich Kevin, please Die fucking bitch There we go, one shot Schwere Edelstein Yeah Was war das? Achso Das sind Dinge für Waffen upgraden Das war so ein komisches Glitzerfeeder, die immer so schnell sind Ja Titanic Vorsicht vor Hinterhalt Woho Alter, dem hast du toll gezeigt, ey Ja, Mann Aber Kevin, warum hast du nicht auf die Warnung gehört? Vorsicht vor Hinterhalt Ich bin doch zurück gesprungen Ansonsten wär ich da stehen geblieben, er hätte mich voll zerquetscht Ja, der Boy weiß schon, was er tut, denn der Boy trägt einen Hut Außerdem ist der Boy erfüllt mit Glut Okay Dreck voraus Ihr meint doch mit Dreck nicht etwa diese Dreckigen Ratten Boah, das waren wirklich ne Menge Ratten, Mann Heiliger Talisman Hier sind ne Menge Leute gestorben Sind wahrscheinlich runtergefallen, ne? Vielleicht Oder da oben ist ein sehr starker Gegner Wer ist das? Eine Dame Kann ich da durch? Ja Okay Ich geh mal erst mal hin Zeit für Kopf Ah, du Mistkerl Oh, wer ist da? Ist jemand da? Wer? Hi, ich bin Kevin Oh, bitte Wer, woher du bist, touch mich Er macht mein Kumpel doch schon Er macht mein Kumpel doch schon Der Hof rundherum und knibbeln auf meine Fleeche Kleine Kreaturen, die nicht beitern, sie zuerst zu lassen So please, hold out your hand, and touch me. Ah, yes, they were. So close, indeed. And I am not entirely alone, just as... Praise the merciful gods above. Can I get up again? warum weiß ich so ein Schild in meinem Gesicht zu haben ist nicht gerade voll fresh man danke hat sie noch mehr zu sagen oh sie hat noch mehr zu sagen ja ich hab dich einfach nur berührt ja ich hab dich einfach nur berührt das war sehr sexuelles Problem ja klar wie mein Typ dich die ganze Zeit am Start ja ich bin seit zwei Augen so der Schild irgendwie so komisch da wird nee Schi guckst du mich an? guckst du mich an Atta? Atta du guckst mich an Atta guck dich an man guck mich doch nicht an das war die fette Nase man ja du gehörst auf dem Boden okay ich hab jetzt ne persönliche Note der Boy schleppt die Frauen ab ja du musst jetzt gleich mit ihrem Freier reden der Boy schleppt die Frauen ab wie ihren Abschlepp Truck hey yo wer bist du denn? der Freier oder Freund du bist ein Kerl voraus du bist ein Kerl voraus okay lass mich mal gucken was hast du denn sozusagen so hmm another one of those unkindled are you mhm all you faceless undead behaving as if you deserve respect now you've gone and rescued the wench how very quaint pitying creatures that are beyond help haha very well I'm sick of looking after her at any rate I'm Egon a knight of carrying I am allied to you for as long as you are sure the girls safety okay was the matter my terms are very simple I am a lie to you for as long as you assure the girls safety and only for that long was lippin noch that's cool man Kevin was machst du da ich sitze warum sitzt du da so komisch das ist meine bitchknall position ich merke das man das sieht irgendwie komisch aus ich weiß nicht was mit dem typ ist man seine nutte ist doch sicher die ist jetzt bei mir in der hood in meiner hood ist jeder sicher ey look mal da da hinten sind flames krass alter ey war da unten sonst nix mehr weil da unten ist so ein kompletter bereich da so oder war ne da waren wir gerade unten man naja ok da links sind wir rein ok ich dachte da wäre eigentlich noch viel mehr ok aber hier hinten ok wer ist denn der da mit seinem komischen fleischtopf soll ich mal verziehen ey oh hi oh was macht der denn da ich hab ihn aufgespeist krass man hier oben ist noch zeug man hier große seele eines verdorbenen leichenarms ey hier ist einer gestorben oh shit oh da kommen noch mehr äh hä was doggy hä au hä cool köderschädel brauche ich voll brauche ich total ganz wichtig brauchst du voll ja man köderschädel um leute zu ködern ey hier auch kevin ja man ist dir eigentlich klar was jetzt passiert ja man wir dürfen jetzt das erste mal in unserem leben gemeinsam als brüder gegen den boss kämpfen ja man aber das ist noch nicht der weg zum boss wie jetzt das ist der weg zum riesen der wird dann dein freund nur leider darf ich nicht mitkommen den großen riesen besuchen ach wie jetzt ach man ey es tut mir leid kevin na gut aber der moment wo wir das erste mal im boss kampf zusammen machen der kommt noch der kommt noch ich muss nur kurz den riesen befreunden tschüss kevin ein bisschen und ein paar dinge musst du tun ja alleine ich bin dabei bruder aber ich kann leider nicht es tut mir leid du stinkst ja ich bin dabei na gut gut damit es wird Zeit bis der Noseboy allein hier durchgeht ich komme gleich wieder ja beziehungsweise warte du musst mit dem lift nach oben fahren ja das rolllift pass auf du wirst es schon sehen ok ok der lift fährt sich jetzt schon hoch nachricht lesen zurückgehen wird benötigt aber what the fuck wer ist das denn ein zwiebel mann zwiebel mann ist es scheint nicht bis zu sein hallo zwiebel mann n n ok ok oh pardon me i was absorbed in thought i am siegwert katerina to be honest i'm in a bit of a pickle have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow well if i'm not mistaken they come from this tower yeah whoever it is i'm sure i can talk some sense into them but i have to find a way up and that's just the trouble this lift only goes down you see and well that doesn't get me anywhere hmm hey nigga i don't know what the problem is this lift only goes down hmm hmm but if it's morbid with a little warming up eventually hmm no no i got to use my head and think hmm huh this lift Oh, mit ein bisschen... Das heißt, ich muss jetzt mit dem Lift nach unten fahren, glaube ich. Na gut, dann fahre ich jetzt runter. Äh, Moment, jetzt fahre ich ja hoch. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Verrückt. Hallo? Hallo? Hey, hi, wer bist du denn? Oh, namenloser Soldat. Hm. Okay. Hey. Monster voraus. Okay. Ich bin ready. Hallo? Hallo? Hey, du da. Hey. Dude? Der steht nur hier. Who are you? I have any time.